Hey Skatfreunde! Heute morgen habe ich euch die erste Serie des großen Rocket-Finales reingestellt, die ich gestern direkt nach dem Turnier noch aufgenommen hatte. Jetzt mit ein bisschen Abstand, mit einer Nacht geschlafen und einen Tag dazwischen. Wollen wir uns mal die zweite Serie anschauen und Fakt ist, es war ein Fehlstart. 550 Punkte aus 24 Spielen, da kann ich nicht zufrieden sein, vor allen Dingen nachdem ich nach einem guten Start da einen so ein bisschen über den Durst gereizt habe und dann auch im Frust so ein bisschen im Gegenspiel den Faden verloren habe hier und da. Und 550, wie gesagt, da bist du auf dieser gar nicht so langen Distanz schon ein bisschen hinten dran. Also gucken wir uns jetzt mal die zweite Serie an, ob ich mich hier so ein bisschen wieder ins Turnier reinkämpfen kann oder ob mit noch einer weiteren, nicht so guten Serie mal langsam schon kleinere Brötchen gebacken werden müssen. So, Karo in Hinterhand ohne Reizung, Pik 7 wahrscheinlich blank. Allein-Spieler will sich Pik 10 nicht abstechen lassen, zieht von oben, zieht von unten. Ja, und da fällt Pik Bube, also 6 Trümpfer und kein Trumpfstich mehr drin. Ja, selbst wenn jetzt die unbekannte Karte noch ein Kreuz wäre, was nicht der Fall ist, hat mein Partner einfach keinen Trumpf mehr, um die Pik 10 zu stechen. Er könnte sogar noch Herz Ass haben, aber dann wird er hier wahrscheinlich nicht in den Trumpf noch rumrühren, dann wäre immer Schneider. Da kommt der blanke Herz so und ja, ist jetzt egal, welche ich spiele. Wir kommen immer raus, ob er jetzt Pik 10 Dritt hat. Interessant, dass er hier abwirft. An sich könnte er natürlich im Schneidersinne noch stechen und hoffen, dass Pik 1 1 steht. Nicht, dass es jetzt wahrscheinlich war, aber so war es natürlich immer raus. Also Spieler 1 hat es nicht drauf ankommen lassen. Es war aus dem Spielverlauf unwahrscheinlich, aber dennoch. So, ja, 18. Ein bisschen Blender, ne? Also, ist vielleicht wirklich ein bisschen dünn. Vielleicht noch ein bisschen zu früh, zu hell draußen. Also, auch wenn man den Karo natürlich gerne mal ableuchten kann, tut man sich nicht unbedingt einen Gefallen, wenn du dann das Spiel bekommst. So, eine Karte zu schwach. So, Herz, also wie üblich erstmal blank. Mit der 9 nimmt er mit. Tja, das sieht ehrlich gesagt natürlich auch nicht so gut aus. Weil wir jetzt natürlich auch kein sehr gutes Überspiel in die Mitte haben. Wenn wir jetzt statt Pik Ass die 10 hätten, wenn wir jetzt versuchen, den Pik in der 21 mit Übergabe hinzulegen und mit der Trumpf Lusche dann noch einen Karo vollen zu stechen. So, aber haben wir nicht. Und da pik der Arme. Dann bleiben wir am Stichkreuz 7. Dann machen wir einen Vier-Augen-Stich. Also, ich spiele hier einfach Trumpf zurück. Kann natürlich auch erstmal ein dunkles Volles noch ziehen, aber ich wollte doch den Abwurf mir noch anschauen. So, Pik 10 auch noch gedrückt. Und Karo Ass 10 in der Hand. Also, wirklich komplett wehrlos Schneider. Und ja, das dritte Spiel geht so in Richtung Null. Null wäre vielleicht sogar. Aber zwei Leute sind hier schon am Reizen. Das bedeutet, ja, erstens, wir werden es wohl sowieso nicht bekommen. Und zweitens, die Farblängen sind vielleicht doch wieder gestellt. Also, ja, ich gehe hier raus. Man kann noch 46 Reizen, was aber wahrscheinlich sowieso nichts bringt. Und so gesehen spar ich mir das. Bin hier wirklich jetzt relativ tight unterwegs, aber gefällt mir gut. So, gucken wir mal an. 40 Herz ohne dreien oder Herz Hand ohne zweien. Spieler 1 geht ins Gebet. Ja, der ist jetzt schon ein wenig am Nachdenken. Das scheint ihm hier nicht zu gefallen. Hat vielleicht, Oh, Karo 10. Mein Partner noch einen Bauern und er hat den Karo Vierling dabei. Tatsächlich. Das ist natürlich eine ausgesprochen ärgerliche Verteilung für den Alleinspieler. Bauern zusammen und Karo König zu dritt. Da fliegt ihm seine Stabilität so ein bisschen um die Ohren. Daran, dass er jetzt Karo 10 anbietet und die sich abstechen lässt, kann man an sich auch schon sehen, dass er sich nicht mit seinen sicheren Stichen hinzählt. Also, er hat wahrscheinlich nicht jetzt sechs Ziehkarten. Ich traue ihm immer auf jeden Fall noch ein weiteres Ast dazu. Aber wenn er ihm einfach den Bauern zieht, Karo Ass 10 und noch sein anderes Ast, dann wird es ihm nicht reichen. Wenn er eben noch eine weitere Stegkarte hätte, würde er sich sehr wahrscheinlich die Karo 10 nicht abstechen lassen, sondern das Ding einfach auf sicher mit zwei Bildern im Keller oder so runterziehen. Deswegen reicht es jetzt sehr wahrscheinlich, wie gesagt, ich traue ihm noch ein Ast zu, aber dann hat er noch drei Fehl und noch die beiden Karo Stechen in der Abgabe. Deswegen einfach nicht jetzt zu viel auf einmal hier reinlegen, immer voller maximal mit Bild, damit der Alleinspieler nicht dann irgendwie zwei volle stechen kann und gerade auf dem Weg dann doch noch irgendwie hinkommt. Das soweit jetzt erstmal der Plan. Dass er jetzt Herz bedient, war ja auch überhaupt nicht klar. Mit Herz 10 kann ich jetzt natürlich gar nicht so richtig gut bewimmeln. Spieler 1, Karo Lusche. Auch ungewöhnlich, dass er jetzt schon aus dem Karo abträgt, also gar nicht mehr so ein bisschen darauf geht oder hofft, dass er nochmal angespielt wird und sich die Karo-Dame etablieren kann. Es sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, ne? Gut geblufft, könnte man sagen. Ich bleibe hier meiner Linie treu und lege jetzt nicht einen 21er-Stich auf, obwohl man mit ein bisschen Feintuning oder Nachdenken vielleicht auch drauf kommen kann, dass er wohl sehr wahrscheinlich noch Kreuz bedienen muss, es sei denn, er hat eben jetzt tatsächlich noch ein Peak-Drilling dabei, wo dann die 10 blank steht vielleicht bei meinem Partner, weil ich die Dame zu dritt hatte. Anyway, dann hat er auch gut geblufft, dass er nicht die Kreuz 9 auf Herz 10 abwirft, aber das traue ich ihm ja alles nicht ein bisschen, nicht so richtig zu. Irgendwelche Spielchen spielt er hier mit uns. Ich glaube immer noch, dass er Probleme und zwei Abgabestiche hat und er ist noch weiter am Nachdenken. So, Karo hat da jetzt keinen Abgabestich mehr, aber dann doch wohl in Peak. Jetzt einfach nochmal anbieten und ja, jetzt Peak als König gegen Bestellte 10 oder als Lusche gegen Bestellte 10 König, jawohl. Ja, 49. Bitter. Er hat es wirklich versucht mit allen Tricks. Wirft erst die Karo Lusche ab, statt die blanke Kreuz 9. Man kann ja auch gut aus Peak als König, wenn er da abtricht, ist es natürlich auch sofort verraten. Also ja, so richtig überzeugen tut es mich auch nicht, weil er eben, wenn er dann doch nochmal irgendwie, er kann ja auch den vollen Malstechenkarre oben unten spielen und dann hoffen, dass ich eben jetzt nicht genau weiß, wo das das zweite Ast von meinem Partner ist und dann in Peak einspiele. Also dieser Abwurf so richtig überzeugt hat es mich nicht, aber wahrscheinlich wird er ohnehin verlieren. So, viertes Spiel. Jetzt kommen wir vielleicht mal. Unverhofft die ersten 40 Punkte geschnappt und los geht die wilde Fahrt. Für 18 erst mal. Na siehste, Peakbube. Damit wird es zum Grang. Gut, auch ein bisschen billiger als ohne Peakbuben und ein bisschen weniger Schneiderschance als mit Kreuzbuben, aber den nehmen wir jetzt natürlich mit. So, mal einen kurzen Kontrollzug, ob hier der Drilling dagegen steht. Das ist nicht der Fall. Dann können wir im Schneidersinne von unten ziehen. Werden wir sogar zurückgespielt, sodass wir nochmal Bauer ziehen können. Interessant hier auch. Spieler eins auf Kreuz 10 hat er direkt das Bild gelegt. Okay, gut. Das kann man ja so machen. Und jetzt Krankhandbeispiele eins. Ja, wo könnte der stehen, wenn der nicht so unglücklich gesessen hätte? Ist ja fast wie dem letzten, habe ich schon so ein Krankfallen sehen. Das ist dann wirklich sehr ärgerlich. Oh, liegt hier ein Bauer? Sieht so ein bisschen so aus. Oder er fischt im drüben Kreuz 10. Ist ja auch jetzt sehr optimistisch. Und jetzt die Dame. Also er hat die kurze 10 abgeworfen. Hier mein Partner hat jetzt Kreuzstiche da im weitesten Sinne hochgespielt. So ganz koscher kommt mir das hier nicht vor. Okay, vier Asse hat er. Und kann es wirklich sein, dass der Bauer liegt? Gut, dann machen wir jetzt wahrscheinlich Rest. Und so ist es. Sind wir noch rausgekommen. Und Pieckbauer im Skat. So, das kann auch zum Null sich natürlich entwickeln. Mit zwei passenden sogar zum Nullouvert oder zum Kreuz. Also 18 sagen wir immer. Wir kriegen es bei 18. Also jetzt geht sie los, die wilde Fahrt. Wir müssen ein bisschen was tun. Da kann man auch mal 18 sagen. So, Herz, Asse 7. Damit ist es mit 10 Augen runter ein einigermaßen solider Kreuz. Sagen wir es mal so. Sechs Trümpfer, Ast tritt, eine 10 im Keller. Ein Trum voll ist den Zuchtbauern. Also wenn der nicht sehr schlecht steht, habe ich ganz gute Scheiße. Spieler 1 lässt sich Zeit. Okay, Pieck kommt auf den Tisch. Ja, an so einem Stich, jetzt kann man sagen, hey, ist doch gut. Kannst auf drei Augen Karolusche abwerfen. Aber dass dieser Stich hier liegt, das gefällt mir irgendwie dann trotz alledem nicht. So ein ganz normaler, unverfänglicher Stich. Karo, Ass, Karo, Dame, Karo, Sieb. Hätte mir erst mal besser gefallen. Nicht nur, weil ich in Hinterhand bleibe, sondern weil dann auch irgendwie das Gefühl ist, der sitzt artig. Spieler 1 hat hier auch sehr lange überlegt. Ich habe es noch gar nicht so ganz drauf. Gut, Pieck 10 ist gedrückt. In welcher Verteilung läuft denn Mittelhand jetzt nur mit der Pieck-Dame? Hat der, ja, hat der Ass-König-Dame? Hat der König-Dame? Hat der, also wer spielt hier unterdurch? Wahrscheinlich doch eher Spieler 1 unterm Ass. Jetzt kommt der König hinterher. Gut, erst mal nehmen. Erst mal nehmen und Trumpf. Trumpf-Dame gefielt irgendwie auch schnell gekommen. 14 Augen haben wir liegen. Jetzt kommt Karo. Also wir sind definitiv aufgeflogen hier. Was ja auch jetzt nicht schwer war nach dem ersten Stich. 24, 27 und ich glaube, ich will jetzt einfach doch auf Trumpf 2, 1 danach einmal von oben, dann Herz 7. Das ist noch nicht so richtig, die sie vier Trumpf wahrhaben wollen, aber sie sind wirklich da und das ist übel. Und jetzt guckt euch das mal an. Trumpf-König, damit stellt er ein Stück weit vielleicht zwei Augen ein, Spieler 2, denn jetzt hat er noch die mittleren Buben. Er könnte natürlich jetzt auch den Herz Buben geben. Jetzt habe ich eben 33 und ja, ich kann einfach mal laufen lassen, weil ich bin jetzt wirklich am Rechnen. Ich bin wirklich am Rechnen. Ich kann auch Herz oben unten ziehen, hoffen, dass ich mit der Herz 10 bei Spieler 1 sitze und es sind übrigens nur noch C-Karten unterwegs. In Pik fehlt nur noch das Ass, in Karo fehlt noch Ass 10 König und eben die Herzen. Das heißt, wenn ich Spieler 1 wirklich angespielt bekommen, also jetzt Herz Asszi auf 44, ihn dann angespielt bekommen, dann kann es aber sein, dass danach der Fehl wirklich Karo König 10 ist Karo 10 König und dann komme ich wirklich auch mit dem Einstich hier nur noch auf 60. Das heißt, ich müsste schon das Glück haben, dass ich die Herz, das Spieler 1, Herz 10 und Dame führt. Das ist dann irgendwie vielleicht auch ein bisschen too much. Also deswegen entschließe ich mich jetzt hier am Ende doch einfach mit Trumpf raus zu gehen, was natürlich auch ziemlich wehrlos aussieht. Ich muss da jetzt wirklich, ich spiele hart darauf, dass ich die letzten beiden Stiche mit Herz Ass König gegen die 10 schneiden kann und dann die 28 Augen noch auf 61 bekommen. Das setzt natürlich irgendwie ein Stück weit Fehler voraus und in dem Fall ist es eben jetzt überhaupt nur noch möglich, weil ich eben schon den Trumpf König bekomme. So, Pik Ass war hinten, alles klar. Karo Ass lädt er auch durch. Karo König, komm, ja, sie haben es geschafft, sie haben es geschafft. Da haben sie sich nicht gut abgestimmt. Die Herz 10 steht zwar hinter mir, aber ich hätte genau 10 und Lusche bekommen. Und jetzt bekomme ich die 28 Augen und gewinne allen Ernstes hier noch mit 61. Ja, also entweder Spieler 1 in Hinterhand muss vorher die Herz 10 laden, dann kann er noch Karo Ass und 10 ziehen. Wenn er Herz 10 und Herz Lusche abdreht, mache ich übrigens gar keinen Stich mehr, dann bleibe ich hier bei meinen 33 Augen stehen. Oder der Trumpf führende Mann darf jetzt nicht den Karo König spielen, weil das alleine eben noch nicht reicht, sondern muss jetzt Herz öffnen und erkennen, dass ich, dass er, dass die Herz 10 jetzt hinten stehen muss. Also ja, ich habe profitiert. Es sollte mein Schaden nicht sein. Diese kleinen Abstimmungsprobleme, die man selber ja auch dann mal hat. Davon muss man dann wenigstens auch mal profitieren. Dann ist alles wieder im Lot. Und jetzt kommt das Anschlussspiel. Jawohl. Kreuz Aspi König. So. Wir müssen was tun und das Momentum ist auf unserer Seite. Okay, wir sehen vier Könige. Das ist schön, aber davon können wir immer zwei weglegen. Das ist so ein zweieinhalb Farben-Grang. In Mittelhand, in Mittelhand, in Vorhand könntest du ihn, glaube ich, besser spielen mit Karo König irgendwie raus. In Mittelhand ist er schon ein bisschen übel, aber ich mache ihn dennoch. Ich habe dieses Momentum. Ich habe das Gefühl, jetzt müssen wir aufdrehen und nicht nur den einfallen Herz mitnehmen. Der Grang kann auch, wenn es gut läuft, hat der ja auch seine Schneiderschance. Lass mal Karo Asse auf den Tisch kommen, Bauern verteilt sein. Und dann kommt Pik 7. Da hatte ich mir natürlich schon überlegt, Pik 7 ist natürlich, oder Pik Lusche ist natürlich Worst Case. Sofort Herz Lusche fallen lassen, noch nichts anmerken lassen. Elf Augen können wir verkraften. Im Rückschub bitte wenigstens Pik 10 jetzt drauf. Ich meine, wir haben einen Pik gedrückt. Es sind sechs Piken unterwegs. Sie können, und dann kommt Pik Dame. Also es läuft hier noch nicht so richtig schön. Ich bin plötzlich hier unter Druck bei dem Ding. Drei Augen stechen kommt mir auch gefährlich vor. So und jetzt kann, es kann Pik noch 1-1 sitzen. Deswegen steche ich jetzt mit Karo Bube. Sonst kann ich es auch nicht mehr verhindern. Und dann kommt der Überstich. Also es sitzt wirklich übel. Und jetzt habe ich, ja, wenn man so will hier, was ist jetzt los? Sticht Spieler 2 jetzt? Ne, tut er nicht. Der wirft Karo Lusche ab. Und jetzt müssen wir uns das nochmal genau angucken. Also, 11 im Ersten. Dann habe ich auf die, auf den Rückschub. Die Pik Dame musste ich schon die Herz Dame drauflegen. 17. Jetzt kommen sie auf 31. Und jetzt habe ich ja hier wirklich Glück, dass ich nicht ins blanke Kreuz Ass eingespielt werde, sondern in meine meine Herzstehkarte. Aber ich muss natürlich trotzdem weiterrechnen. Da fällt der erste Karo raus. Gut, der vorne hat schon vier Pik, aber keinen Boom und kein Herz. Also, dass der Karo blank war, ist noch nicht anzunehmen. Deswegen, ich könnte jetzt, also, sie können jetzt noch mit einem Karostich gewinnen, wenn da Karo Ass 10 und halt Kreuz 10 drauf fällt, der letzte Volle. Deswegen kann man überlegen, okay, ich muss vielleicht direkt die Karo 10 spielen. Aber ich sehe jetzt eher die Gefahr, dass Spieler 2 in Vorhand noch das Karo Ass hat und danach nochmal den letzten Pik spielen kann. Und bin jetzt wirklich am überlegen, wie ich ihn jetzt vortrage. Eben direkt Karo klären mit der 10 oder dann doch erst nochmal gucken, wo der Bube ist. Wer hat den Buben? Wahrscheinlich doch Spieler 1, sonst hätte Spieler 2 hier wohl den Buben verstochen. Herz Dame hatte ich schon abgeworfen, also die sechs Augen hätte er mitgenommen. Und ich ziehe jetzt erstmal den Buben. Spieler 1, wie erwartet. Und das ist hilfreich für mich, dass jetzt hier nicht noch ein Karo kommt, denn sonst müsste ich mich dann ziemlich bald entscheiden, ob ich doch die Karo 10 auf den Tisch legen will nach dem Bubenzug. Aber dass er jetzt Kreuz abwirft, sagt mir auch, ja, er hat jetzt nicht noch eine blanke Karo oder zwei kleine Karos, dann würde er da konsistent weiter von abwerfen. Und deswegen spiele ich jetzt einfach nochmal Herz weiter. Eigentlich, was ich damit bezwecken will, ist, ob Spieler 2 vielleicht auf die Idee kommt, mal Pik Lusche abzutragen. Weil dann kann ich direkt Karo 10 spielen, dann ist diese letzte drohende Fehlkarte eliminiert. Und da kommt Karo Dahme. Aber Karo Dahme, nach dem jetzigen Vortrag hat er sich jetzt gerade Karo Asplank gestellt. Jetzt muss ich Karo raus, denke ich. Jetzt haben sie 46, wenn er mitnimmt. Wenn er jetzt die letzte Pik Lusche noch hat und hinten die Kreuz 10 steht, sind es immer noch 60. Aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht dran, weil warum wirft er einmal Karo ab, dann Kreuz, dann wieder Karo. Ich glaube und deswegen glaube ich, dass er jetzt noch in der bestellten Kreuz 10 sitzt. Herzkönig, ich muss ja sowieso. Ich kann es nicht mehr anders machen. Und da kommt Kreuz. Boah, ey, du. Schön mit Schwitzen. Der Puls geht richtig hoch. Du denkst, du hast mal ein Ding, was einfach, du machst einfach mal den Gang, der kann mal leicht laufen. Am anderen Tagen geht der einfach wie geschnitten Brotschneider durch. Und hier haben wir noch wirklich ein schweres Endspiel, was sich kurz vor Schluss gefühlt jetzt erst entscheidet. Puh, durchschnauben. Haben sie es? Also Spieler 2 gut gemacht, dass er da mit der Pik 10 nicht läuft ohne Bauern, dass er mich da wirklich unter Druck setzt. Und dann habe ich wirklich profitiert davon, dass ich in Herz eingespielt wurde und dann hinten raus das richtig durchkalkuliert habe. So, also durchschnaufen. Auch mal froh sein, dass wir hier so eine Rübezahlkarte haben, wo sehr wahrscheinlich nicht viel geht. Einfach jetzt mal gucken. Aufschlag aus der berühmt-berüchtigten Doppellusche. Partner wechselt auf Karo. Ist jetzt auch eine Situation, die man nicht so oft hat. Was denn jetzt? Herz Lusche nach? Oder spiele ich den Alleinspieler da in seinen Viererzug ein? Oder Karo 10? Aber wenn er den Herz Viererzug hat, dann sticht er Karo 10. Ich gehe deswegen nach Herz, nach Herz, ins Herz wieder rein. Das ist auch interessant. Er hat wohl tatsächlich nur den Fünftrümpfer. Weswegen er aus dieser starken Farbe, As-10-Dame-Lusche, die 10 sogar gedrückt hat, dass er hier zwei Einschübe kriegt, damit hat er gar nicht unbedingt gerechnet. So sieht mir das hier aus. Es könnte jetzt auch natürlich noch sein, dass er vergessen hat, die hier 10 rauszunehmen, dass der Herz König schon weg ist. Anyway. So. Aber jetzt vielleicht ist es vielleicht so, dass mein Partner den letzten Trumpf hat und wir Rest jetzt machen. Nee, kann nicht sein. Kann eigentlich nicht sein. Da ist natürlich noch Trumpf Ass. Da ist der letzte Herz. Also leicht gewonnen, Herz 10 gequetscht. Spieler 2, also hier zu sehen. Er hätte ihn, glaube ich, als Fünftrumpfer mit Herz, Ass, 10, Viert und Karo Ass sich stellen können, hat dann aber in Hinterhand lieber die 10 gedrückt. Ja, muss man, sage ich jetzt mal, respektieren. Da ist einer, der auch sich Gedanken macht. Ist vielleicht auch nicht anders zu erwarten, aber den Zug sieht man halt, diese Drückungsvariante sieht man jetzt auch nicht überall. So. Ich halte mich bedeckt. Ich verschnaufe noch und verschwitze noch und verdaue noch den knapp gewonnenen Gang. Das davor erst recht noch. Also das war ja wirklich jetzt zweimal deswegen hier wirklich gar kein Interesse noch als dritter Mann in das Bieten einzusteigen. Und Spieler 2, der hat, wie es ausschaut, auch wieder seine liebe Mühe. Und dann kommt ein 0 dabei raus. Da sind wir doch sehr interessiert. Ja. Gut. Fliegen jetzt schon die Karten? Ja, aber nicht so, wie ich es gedacht habe. Okay, das war wohl, guck mal, ich habe fünfmal Peak von oben. Also der wäre wohl auch als Null-U-Beer gegangen, obwohl ich zweimal hätte abtragen können. Ja, okay. Da hat er also nur überlegt, ob er den als Null-U-Beer spielt und hat sich dagegen entschieden. In der zweiten Serie vielleicht noch vertretbar. Ich glaube aber auf insgesamt fünfmal 24 Spiele, das sind drei, ein Drittel Serien, wenn man in dem herkömmlichen 36er-Maßstab rechnet. Ich glaube, den hätte ich als Null-U-Beer schon hingelegt, ganz ehrlich. Aber gut. Da haben wir es wieder. Immer leicht zu sagen, so, was habe ich denn da? Wo habe ich denn da reingegriffen? Oh, tatsächlich 13 Augen kreuzgedrückt. Immer leichter zu sagen, was man alles gereizt hätte oder für ein Risiko gegangen wäre, wenn man für einen anderen spricht. Mit seinen eigenen Dingern ist man dann vielleicht doch wieder ein bisschen vorsichtiger. So, bei Passe Passe würde ich ihn nehmen. Sonst bin ich raus. Na? Was ist los? Also durch überlegen, mich aus dem Ding raus zu blöffen, das klappt nicht. Bei Passe Passe habe ich gesagt, gehe ich rein in das Ding. Herz Bube ist gut, aber Pi König ist Schrott. Wenn es jetzt ein Herz oder ein Karo dazu gewesen wäre oder ein Kreuz, den siebten Trumpf oder den fünften Trumpf in der roten Farbe, dass du eine Vierer Farbe dabei hast in Vorhand. Jetzt haben wir natürlich hier wieder ein ziemlich hässliches Ding, muss man sagen. Ja, das habe ich neu gelernt. Wir splitten das Ding. Wir splitten das Ding. Das muss auch schnell gehen. Also hier nichts anmerken lassen. Die beiden Bilder drücken. Die Herz 10 muss hier Karriere machen. Trumpf darf besser auch nicht zu viert stehen. Und idealerweise holen sie auch nicht die vollen 21 auf den Luschen ab. Okay, gucken wir mal. Das in den Hinterhand bleibt vielleicht gar nicht so gut. Anyway, die Herz 10 hat schon ihre Karriere gemacht. Drei Augen erst. Das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Okay, Piek Bube links gefällt mir natürlich wieder nicht so gut. Sieben Augen. Ah, ist bitter. Das ist das Herz wirklich zu viert. 29. 29. Und sie haben noch diese beiden Fehlstiche. Aber Moment mal. Auf Piek Ass ist weg. Und auf Karo fallen nur die... Aber der Karo kam jetzt so schnell. Der hat ja den Karo Buben jetzt noch zum Überstich behalten. Sonst bin ich doch schon wieder knapp durch, oder? Er geht rauf auf 44. Und auf Piek ist das Ass weg. Da sollten an sich auch höchstens 13 oder 14 fallen. Ich weiß gar nicht, ob ich den König oder die Dame gerät. Karo 9. Ja, ist es denn wahr? Jetzt droht auch kein Überstich mehr. 54 haben sie. Und Piek 10 ist da vorne. Also wenn der von hinten jetzt mal da... Und Karo Bube ist rechts. Also Spieler 2 hat die zwei Augen in der zweiten Trumpfrunde nicht mitgenommen. Wenn ich von oben einfach knüppel, dicke ziehe, ziehe ich den blanken Piek Buben raus. Und er kann auch nicht Herz Ass hinterher spielen. Dann läuft es also viel leichter. Spieler 2 hat dann den Karo Buben nicht reingelegt. Das waren die ersten zwei Augen. Und Spieler 1 hat jetzt, nachdem er mit Herz Pik Ass abgreift, auch sich nicht getraut, die Karo 10 zu ziehen. Und das war jetzt das entscheidende Glück für mich, dass das wirklich so ein bisschen, wie ich ihn gesplittet habe, maskiert war. Dass sie da nicht in letzter Konsequenz auf so ein schwaches Spiel gewettet haben. Also jetzt habe ich aber schon drei halbe Herzinfarkte hier. Naja, es ist ja nur ein Spiel, ne? Also dreimal mich so hingezittert. Jetzt kommt der nächste Vorfall hier. Ich kriege es ja auch nicht für 18 und nicht für 20. Gut, vielleicht sollte ich es auch dann jetzt erstmal wieder ein bisschen gut sein lassen. Und das so ein bisschen aus dem Fell wieder rausschütteln. Also ich denke inzwischen, ich bin hier sehr gut bedient, so wie es läuft. Und ich glaube, genau so eine Serie brauchst du jetzt natürlich auch. Ich meine, ich stehe noch nicht richtig gut. Aber um diese Nervosität, um die unschönen oder die schlechten Entscheidungen aus der ersten Serie so ein bisschen abzuschütteln, um einfach das Selbstbewusstsein dann auch wieder zu kriegen. Du kannst es doch. Wir kriegen doch auch mal schwache Spiele irgendwie hingedreht. Mit ein bisschen Unterstützung. Aber wir geben den Gegnern eben auch die Chance, ihre Fehler zu machen. Das Glück des Tüchtigen. Und dann gucken wir mal, wie sich das noch entwickelt. Okay. Kreuz war die 10 blank. Kreuz König spiele ich ihm zu viel hoch. Wenn er nur Kreuz dabei hat, wird er ohnehin gewinnen. Also wir müssen das mal ein bisschen überprüfen, ob es auch noch eine Schwachstelle gibt. So ein Pik Bube sticht, das sieht erst mal strange aus, oder? So bedrohlich könnte doch die Herz 10 eigentlich jetzt noch gar nicht sein. Na gut, okay. Wenn ihm nur noch der Kreuz Bube fehlte, dann hat er tatsächlich das Zwei-Farben-Spiel. Sechs Trumpf, vier Kreuz. Wird auch kein Karo haben. Ja, machen wir einen Einstich mit dem Kreuz König. Zu kurz kommt er auch nicht. Hat noch zwei Trumpf, drei Kreuz. Und da ist es mathematisch bewiesen. Wer Herz sticht, wer Karo sticht hat und sechs Trumpf, der muss ja vier Kreuz dabei haben. Tja, wo bleibt die Belohnung, fragt man sich. Wo bleiben dann mal die wirklich fetten Pakete? Gibt es die noch? Ah, ja, gut. So habe ich es gemeint. Dankeschön. 21. Karo 10 auf den König. Irgendwie denkst du jetzt schon, das wird doch nicht, dein Partner hat doch nicht das Karo Ass. Nee, beim Geigenheim kaum vorstellbar, ne? Jetzt kreuzt Dame Abwurf. Hat er ihm wirklich jetzt den König dritt hochgespielt? Und worüber denkt Spieler Zwei nach? Oder, oder, mein Partner hat noch den Kreuz König. Jawohl, dann ist es wahrscheinlich Schneider, ne? Seien wir ehrlich, der hat jetzt zwei Kreuz Luschen rausgepustet. Ja, Karo 10, König war weg. Aber ist Banane. Ist Banane. Schneider frei kommen wir immer noch, wenn wir einen Stich machen und sonst eben nicht, ne? Wir machen den Stich noch. Oder nicht. So. Raus. Also, Spieler Zwei hat mich überholt mit dem Gang Hand. So, und. Tja. Wollen wir wieder ein bisschen aussitzen hier, das Ding. Kommt das nächste Handspiel. Okay. 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 Kein Herz zurück. Mann, Pik Sieben kam schnell. Ich glaube, Pik As schläft. Oh, Pik As schläft. Jetzt wirft er hier ab auf, was haben wir, 28? Die Herz Lusche. Jetzt hat er wohl nur noch sieben Trumpf, wa? So, wenn er jetzt einen Herz Bauern spielt, kommen wir noch raus auf 32. Jetzt überlegt er plötzlich. Muss man sich auch mal. Er ist jetzt hier gut gezockt. Spieler Eins hat jetzt wirklich noch nicht alles richtig gut getroffen. Auch nicht im Gegenspiel. Aber hier in seinem Eigenspiel hat er den Schneider mitgenommen. Das hat er korrekt beurteilt. Pik As schläft, wie ja schon längst bekannt. Und eine Herz Lusche ist Spieler Eins auch schon wieder so ein bisschen dabei, nach vorne zu kommen. Ja, was soll man sagen? Ich hatte so viel Glück und trotzdem gefühlt hänge ich da immer noch jetzt wieder bei 400. Viele Spiele passiert jetzt nicht so richtig was. Karte ist schon wieder so ein bisschen am Einschauen. Aber wir sind schon gleich wieder bei Beispiel 18. Er geht ja manchmal schnell vorbei, so eine kurze Serie. Aber ich bin noch nicht verzweifelt genug, um dieses Ding hier 18 zu sagen. Manchmal träumt man dann doch davon, der wird eingepasst und es lag wieder zwei Bauern oder Pik Bauer. Ein beliebiges Ass. Aber ich will es dann doch nicht drauf ankommen lassen. Eine gute im Skat wäre noch viel zu wenig. Spieler Eins lässt sich wirklich erkennbar Zeit. Der durchdringt, der versucht die Geschichte auch sehr tief zu durchdringen. Soweit mein Gefühl. Ja, die Karte sitzt jetzt so glatt und rund, dass ich da schon sogar die Karo-Dame ins Angebot schicke, was ich an sich selten mache. Jetzt den Bauernopfer in der Hoffnung, dass mein Partner noch das Trumpfass hat. Aber es hilft halt alles nichts. Karoass mit blanker Karozehn. Trumpfrollen muss ich auch aufgeben. Jetzt kommen wir wenigstens hier mit, Moment mal, wieso bietet denn mein Partner jetzt jetzt das an? Gut, dann haue ich auch rein. Jetzt kommen wir wenigstens wohl mit den Karo-Stichen noch aus dem Schneider. Ich werde mich mal hier an den beiden Karo-Stichen jetzt wenigstens gütlich tun. So, jetzt ist das plötzlich ein ganz ausgeglichener Stand hier schon wieder am Tisch. Auch hier wieder Gegenreizung. Immer Gegenwehr. Kriegs bei 23. Stück weit erstaunlich, wie ich selbst zwei Siebener habe. Hat der wirklich den Null gereizt mit viel Dunkel? Mhm. Karo-Ass. Karo-Ass ist ja natürlich ein Träumchen. Dann ist es wohl ein Gragen in Mittelhand. So ganz die Reizung kann ich noch nicht so für voll nehmen. Ja, jetzt aber. Jetzt weiß ich es. Okay, er hat irgendwie keinen Peak, ne? So. Und das ist übrigens natürlich auch mal interessant, dass er nicht jetzt versucht, den Partner noch irgendwie rüberzuspielen, um vielleicht den zweiten Buben noch zu verstechen. Nein. Er spielt mich jetzt mit dem Herz Buben an. Klar, kann natürlich auch sein, dass ich jetzt im Peak noch irgendwie zwei schwache Karten habe und noch irgendwo in roten Schwäche. Das kommt mir jetzt natürlich hier zu Pass. 17 Augen liegen. Schneider noch möglich, wenn Herz 10 König in einer Hand steht und Dame Lusche in der anderen, dass sie nur 13 kriegen. Deswegen, ein Herz darf auch gerne wegfliegen. Einer darf sich vielleicht hier auch noch irgendwie mal vertun, verwimmeln. Aber deswegen greife ich hier noch so ein bisschen in den Karos rum. Aber jetzt scheint das nicht der Fall zu sein. Also, oh, Herz König. Jawohl, jawohl, jawohl. Aber dann sitzt die Herz 10 doch andersrum. Und damit sind sie raus. Also irgendwie so eine Liste, wo gefühlt, also ist jetzt ja ein schöner Grain gewesen. Ich bin jetzt wieder bei 5,30. Okay. Aber auch hier gleich wieder. Peak, König, Ass, Abstich und damit keinerlei Schneidermöglichkeit mehr. Ja, ein bisschen ist dennoch irgendwie eine Unwucht drin hier. Ich muss mich hier ganz schön so lang hangeln mit meinem Talent und habe ein bisschen, also in dieser Serie habe ich ganz schön viel Brühe. Das muss ich schon sagen. Mit diesen, also mindestens zwei hätte ich ja hier verlieren können, wenn nicht müssen. Spiele 1, ganz lässig. Nochmal umgedrückt, nochmal gedrückt, Kreuz. So, Herzlusche oder Peaklusche, doch die etwas längere Farbe. Ich entscheide mich dann doch für die etwas längere Farbe. Da ist sie weg, die Peak 10. Immerhin kommt diesmal der Bube von meinem Partner, sitzt bei meinem Partner. Trumpf König, aha. Trumpf König hätte er ja auch noch nicht anbieten müssen, ne? Es fehlten noch 7 und mein Trumpf Ass. Ist okay. 15 haben wir, Peak Darm ist ja offenbar gedrückt. So, Karo unterm Ass zu dritt. Mein Partner hat 10 dritt, 10 viert gerade eingekürzt. Ja, der Darm-Schnitt deutet drauf hin. Da muss ich jetzt einfach ein Herz einspielen. Oder das Herz Ass selber spielen. Und dann noch die Karo 10 hinten raus, ne? So, Leute. Da kannst du auch direkt Herz 10 auf den Tisch jagen. Also Karo will er ja nicht spielen. Also warum dauert das so lange? Frage eigentlich nicht jetzt, ne? Spieler 2 hat noch Karo 10 bestellt. Sehr, sehr wahrscheinlich. Wenn das Herz Ass ist, kann er es auf den Tisch legen. Wenn das Herz, wenn er es nicht hat, kann er auch die Herz 10 spielen. Ist ganz egal. Ah, hier nochmal der Bluff-Zug. Nochmal einmal. Ach, Karo Ass ist sogar noch bei meinem Partner. Also okay, auch das natürlich noch drin. 10, König, Lusche. Und tatsächlich Karo 10 gedrückt. Und noch eine Herz unten. Also interessanterweise hier wirklich ein bisschen quer gedrückt. Und auch ein bisschen hin und her gemacht. Da Trümpfkönig im Spiel aufgegeben. Also tatsächlich mal beim 5-Trümpfer 2, 2 und 1 an der Seite. Ganz, ganz seltene Konstellation. Habe ich jetzt wohl noch registriert. Gut also, dass mein Partner da den Karo König dann rausgenommen hat. Und sonst wären wir irgendwie plötzlich doch noch Schneider gewesen oder was. Ja, Spieler 1. Der arbeitet ein bisschen im Nebelkerzen-Business. Das hat man schon bei dem Grang gesehen, den er da verloren hat. Kreativ irgendwie jedenfalls. Das ist ja schon mal was. Immerhin. Trumpf Ass geht mal zu uns. 15 Augen. Ja, also auf die Überlegungszeiten kann ich, ihr seht das ja, es läuft wirklich so original, kann ich hier in dem Tisch nicht so richtig was geben. Oh, Trumpf 10. Da muss ich doch nochmal kurz gucken, habe ich das richtig gesehen. Das sieht ja aus wie Trumpf-Zurückschub. Dann ist es wahrscheinlich ein 7-Trümpfer, vielleicht sogar ein 8-Trümpfer. Oh, wenn es ein 8-Trümpfer ist, dann sind wir auf jeden Fall Schneider. Wenn es ein 7-Trümpfer ist, dann, also mit dem Stich sind wir ja auf jeden Fall bei 29 noch Schneider. Also wir brauchen sowieso noch einen Stich. Dennoch, ich kann mir das nicht vorstellen, nehmen raus. Und ja, es ist der 8-Trümpfer noch mit dem Seitenass. Und naja, wir wollen jetzt mal hoffen, das Peak 10 muss gedrückt sein. Ja, das, also so ein Quatsch hat mein Partner, glaube ich, wenn er 8-Trümpfe sieht, schon in Trumpf zurückschiebt, den, dann hätte er jetzt sicher auch die Peak 10 gelegt. Also Spieler 1 hat jetzt hier auch richtig Momentum, wie ich so schön sagte, von hatte ich es, jetzt ist es plötzlich bei Spieler 1. Der hat mich schon fast eingeholt. Ja, 5,30 zur Hälfte. Ehrlich gesagt ist das jetzt noch nicht das, was ich mir gewünscht habe, um diese schlechte erste Serie auszugleichen. Tatsächlich sind wir ja sogar eher schon wieder so ein bisschen hinten an, unter dem 100 Punkte pro Päckchenplan. So, Spiel 19. Den haben wir sehr schön gefunden. Das ist ein schönes Kreuzspiel. Gegen Trumpf zu viert, mal einmal von unten. 11 Augen. Jetzt will ich wahrscheinlich wieder stechen müssen. Und dann kommt, wenn das der Fall ist, so, kommt jetzt ein interessantes Motiv. Es fehlen noch drei Trumpf und damit sie rauskommen, müssten die drei Trumpfe in einer Hand sitzen. Und dann müsste aber auch noch auf dem Peakvollen geschmiert werden. Ich gehe mit, wenn ich jetzt Trumpf von oben ziehe. Und da fliegt eine blanke Piken raus, danach Peak Ass oder was auch immer. Ich kann den anderen Boom noch ziehen. Jedenfalls dann muss ich über die Dörfer. Und wenn dann Peak 10 beschmiert wird und mit dem letzten Trumpf gestochen wird, dann kommen sie noch raus. Deswegen gehe ich jetzt hier im Schneidersinne direkt über die Piken. Lass mir hier noch die Peak 10 abstechen mit großer Freude, weil ich eben auch gesehen habe, ich habe bisher zweimal, glaube ich, in den Karo gestochen, hatte zwei Herz gedrückt. Also ich befürchte hier immer noch keinen Überstich. Jetzt haben sie 21 und jetzt sollte ich Rest haben. Das heißt, jetzt wird zugeschnappt und von oben gezogen. Reine Sicherheitsmaßnahme. Trumpf stand gar nicht zu dritt, aber im Schneidersinne hat mir, ist jetzt kein so häufiges Motiv, hat mir das ganz gut gefallen, dass ich da drauf gekommen bin. So, und jetzt haben wir jetzt hier, jetzt geht es doch los. Das ist doch wieder ein unverlierbarer Grand Hand. Der ist ja fast so ähnlich wie den in der ersten Serie. Da hatte ich natürlich auch, also dieses Fünferfeld, A, 10, 9, 8, 7, ohne Dame, König und drei Bauern. Da hatte ich in einer Farbe zwei Luschen. Ja, aber natürlich bedeutet das, dass wir deswegen jetzt den Buben ziehen müssen, sonst könnten wir das Ding verlieren. Und wir haben natürlich auch nichts davon direkt fehl zu spielen, wo wir zwei Farben haben. So, Peak Lusche kam eben so schnell, dass ich gedacht habe, werfen wir nicht Karodame ab. Gucken wir, ob es so vielleicht geht. Und jawohl, so rum ging der Schneider. Oh, ho, 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 der Motor ist jetzt richtig angesprungen. Ne, jetzt sind wir plötzlich wieder dran. Jetzt setzen wir einen Grand Hand hinterher. Also, den zweiten in einer Reihe. So, es fällt nur ein Bube. Okay, im Sinne, dass Peak Bube drin liegen soll, ist das vielleicht noch gar nicht so schlimm. Herz Lusche Abwurf. Ja, es könnte wirklich, es könnte. Gut, gucken wir erstmal, gehen wir ins Karo weiter. Er sticht nicht. Er sticht nicht. Hat er den Buben nicht. Ja, und jetzt mache ich irgendwie hier Quatsch. Ich muss eigentlich den Buben ziehen. Es war schon relativ offensichtlich. Dann hat er vielleicht wirklich noch die Entscheidung zwischen Herz Ass und Peak 10. Das weiß ich jetzt auch nicht, wo ich mir das nochmal angeschaut habe, warum ich da jetzt Peak König gespielt habe. Gut, es kann halt auch Peak 10 liegen und der Bauer noch drin sein. Aber er hat ja dann, das war ja nicht möglich, wo er meinen vollen nicht sticht und Herz 10 abschmeißt. Also, ein bisschen komisch. Ich hätte hier vielleicht sogar noch, und was, es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. Komm, nicht nachkarten, sondern wieder anschnallen. Kreuz 10, nächster Riesengang. Was für ein Serienendspurt denn hier plötzlich? Zwei Ganghands hintereinander. Eben liegt Peak Bube drin für 144. Wenn ich im neunten Stich noch einen Bauern ziehe, hätte ich vielleicht sogar noch 168 rausholen können. Und jetzt wieder zum Turbo Gang. So, 14 im Ersten, alles klar. Peak müssen wir jetzt wohl zuerst einmal überprüfen. Ein dunkler Stich, ein dunkler Stich müssen wir machen. Aber es fliegt jetzt halt auch leider, muss man sagen, kein Kreuz raus, was so ein bisschen den Verdacht gebiert ist. Stehen hier beide Könige zu dritt. Oder beide Farben zu dritt. Ob es dann der König ist, wissen wir noch gar nicht. So, jetzt habe ich so ein bisschen eingetäuscht. Spieler 1 tatsächlich schmiert nicht. 18. Ja, den müssen wir nehmen. Und ich glaube, das reicht, weil nichts mehr unterwegs ist. Okay, also irgendwie auch den, obwohl alles stand, so ein bisschen ins Schneider reingeblufft. Und jetzt noch ein Ding. Es geht weiter hier. Es geht weiter. 33 müssen wir auf jeden Fall reizen. Danach kommen wir ins Grübeln. 24 kriegen. Okay. Karo König, Herzdame. Man würde nicht sagen, eine Traumfindung. Aber Karo König passt bei mir natürlich. Wird in Vorhand ein klassisches Spiel. Wenn Trumpf nicht zu 5 steht, nur drei Abgabestiche. Kann den einmal oben, einmal unten spielen. Aber kein Trumpf voller ist. Man kann ja auch einfach von oben durchziehen. Das haben wir beides schon richtig gesehen. So, vielleicht sogar 3,3. Trumpf? Nee, aber Kreuzass, das ist gut. Und Herzbubeabzug. Schon ist das Ding gelaufen. In meinem Sinne natürlich. Also jetzt noch der Kreuzstich. Und schon ist auch das jetzt wie auf Schienen abgegangen. Und wir haben 1173 nach diesen 5 Paketen hintereinander. Und schaut euch die mal an. Das ist so wie richtig so ein kleiner Hügel, den die formen. 48, 96, 144. Und dann geht es wieder so ein bisschen bergab. Und ein Spiel wäre ja jetzt noch. Aber jetzt muss ich natürlich super zufrieden sein. Überlegt euch nochmal, was da am Anfang der Liste für Vorfälle dabei waren. Und jetzt, ja, wo waren die Belohnungsspiele? Jetzt waren sie da. In Spiel 18 hatte mich Spieler 1, ja, ich glaube noch nicht überholt. Aber war auf zwei Punkte an mich ran. Und jetzt bin ich plötzlich 650 weg. Also das sind hier 650 Punkte in fünf Spielen. Gut, weiter geht's. Letztes Spiel machen wir auch noch. Gut, jetzt hat es sich ausbaldovert. Da würde ich jetzt nichts mehr zu sagen. Und sehr zufrieden mit 1170, ja, Moment, 1175, damit bin ich wieder auf Kurs. Deutlich über, sogar über 1700 jetzt liegen. Das ist doch jetzt wieder richtig nett. Damit bin ich auf jeden Fall wieder vorne mit dabei, wieder dran. So, passe, passe, viel Hoffnung haben wir hier natürlich nicht. Okay, mein Partner hat Kreuz Buben offensichtlich, Grain ohne Dreien. Ja, muss man überlegen, steht der eigentlich, was ist das für ein Grain ohne Dreien? Hat der, steht der in der Karo 10? Ist der so frech? Ich sage, komm, hey, darauf lasse ich es ankommen. Und jetzt fällt Lusche, Lusche, also, ja, er steht in der Karo 10 dritt. Vielleicht hat er die 10 ja gedrückt, sage ich mir. Und jawohl, 13 Augen, Karo gedrückt. Und mein Partner, Herz 10. Der hat ja noch den letzten Buben. Wundere ich mich, dass der, gut, okay, eigentlich kann es nur heißen, dass er noch eine 10 hat, weil sonst müsste er ja eigentlich hoffen, dass ich ihm danach hinten seine 10 freispiele. Also, er wirft einmal Herz ab, er wirft einmal Pick ab. Jetzt muss ich ihm Kreuz was freispielen, die 10. Aber was ist das dann bitte für ein Grain gewesen? Was ist das für ein Grain? Ich glaube, wir stehen kurz vor 50. Jetzt wird er ihm noch einen Pick vollen abknacken und das war's. Wusch! Also mal mindestens unglücklich gedrückt von Spieler 1, dass er da die komplette Stärke dann rausdrückt. Pick hat er Ass 10 Lusche in der Hand. Die beiden anderen Asse hat er 13 im Keller. Ja gut, wenn er den Buben nicht spielt, Pick 10 kippt ihm auch um. Aber jetzt lief es natürlich komplett wehrlos. Und ja, damit hat sich Spieler 1, der ein bisschen wieder aufgeholt hatte, dann doch wieder abgeschossen. Spieler 2 kaum was bekommen. Und ich komme noch auf 1213. Interessante Partien auf jeden Fall. Und eine sehr schöne Liste, die ja noch ein bisschen Lust macht auf mehr. Also schauen wir bald, was die nächsten Serien gebracht haben. Ich freue mich und bedanke mich für euer Interesse. Bis dann. Ich freue mich und bedanke mich für euch.